Alles ist bereit. Ich gebe das Signal. Gott, gib mir Mut und Kraft! Wo geht ihr hin? Ist das der Vorworte meines Todes? Oh nein, nein! Sei ruhig, sag ich dir. Was du auch hören und sehen magst, vergiss nicht. Es gibt eine Vorsehung. Ja, es gibt eine Vorsehung. Ist alles bereit? Ja, die Zisterne beraubt, um öffnen zu werden. Ja, wurscht, das weiß ich, Entfernen. Geh, warte oben auf mich. Und ihr? Muss ich dem Gefangenen nicht die Eisen abnehmen. Geh! Entferne dich! Soll ich ihm die Ketten abnehmen? Nein! Aber schießen wir auch fein los! Die Zeit trennt! Geh!